zack kann ich auch nicht durch so zerstört in die dinger hier mit geht das ja geht hier in den hier haben wir damals stroppi befreit ich will doch nur ich will auch endlich mal wissen was wir bekommen ich tippe mal einfach aufs master schwert weil er will 1 schwert steht weil ich weiß es oder wir kriegen ein schlechteres kraftarmband weil er auch der 1 kraftarmband steht aber das master schwert würde mehr sinn machen ich meine ich kenne kein selder teil wo du nicht das master schwert kriegst okay ich habe jetzt auch nicht so wirklich viele gespielt muss man dazu sagen ich habe noch vor ein paar zu spielen als einfach kult ist elder genauso wie ich noch mal irgendwann super mario 64 spielen muss ja ich habe es nicht getan ich schäme mich auch okay dann nehmen wir den und gehen oh mein gott ein zauber schön jawoll dieser wahrscheinlich kann hey das ist eine perfekte chronik in den abenteuern ich nenne es nah dran bin zu nah dran ich muss etwas zurücktreten 19 auch kommt das kann noch nicht weiter ich werde ich bei zehn da bloß hingegangen bei zehn zäure muscheln und und auch und 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 So, Leute, weißt du was? Ich mach mal kurz ne Pause hier. Also ich mach mal kurz... Ich möchte nur ganz kurz Pause, irgendwie ne Minute oder so. Und zähl mal eben durch, wie viel ich abgehakt habe. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Gut, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ja, und wenn sie da ist, dann werde ich richtig depressiv. Äh, wenn sie da nicht ist, werde ich richtig depressiv. Weil wir dann ernsthaft... Ich glaube, wir müssen dann ernsthaft noch dieses dämliche... Dieses dämliche sechste Schloss? Sechste Schloss machen, um die Muschel zu kriegen. Vielleicht sogar das siebte. Oh Gott, bitte nicht das siebte. Hm... 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 Ich tippe mal, ich werde die Aufnahme auch beenden, sobald ich, äh, das Schwert habe. Weil... Ich hab jetzt... Oh Gott... Ihr dürft euch richtig freuen. Ich hab jetzt... Ich tippe mal gleich drei Folgen... ...nur mit Zaubermuscheln gefüllt. Ist das nicht toll? Und das mit Vorbereitung. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte nicht gewusst, wo die meisten Muscheln liegen. Wenn die übermorgen noch rumlatschen. Wäre das nicht toll? Wäre das nicht toll? Bitte, 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 liebe Muschel, sei da. Ich... ...habe aber die große Befürchtung, dass wir da schon waren. Sehr große... Wir waren da eigentlich hundertprozentig schon. hey wo war das da ja das ist ach die haben wir schon die haben wir noch nicht haben dann weiß ich auch nicht mehr aber egal ich gucke jetzt noch mal einfach nur auf nummer sicher zu gehen ach wisst ihr was ich bin gerade gut drauf wir rocken wir rocken jetzt eben hier die ganz muscheln anschließend kreilen wir uns noch die sechsten tempel alles in einer folge damit ich auch möglichst wenig zu reden habe ich bin fast tot ich soll wo graben hier graben kommt schon habt euch mal bitte mit dem feld vertan scheiß spiel ich trinke jetzt einen schluck live in der aufnahme so ja viel bleibt dann jetzt nicht mehr übrig naja gut da werde ich jetzt beim schicksal ins gesicht blicken normal zu gayware gehen trank kaufen mich dann zum sechsten tempel begeben auch es wäre so schön gewesen was sagt youtube wohl wenn ich ein 60 60 minuten part laden würde erstmal sind die davon bestimmt schon mal tierisch begeistert und dann noch nutzer gut das interessiert das wahrscheinlich eher weniger bei 60 minuten part in dem ich nutze muscheln suche wieso wird ihr eigentlich immer nur 42 rubine ich habe auch gelesen dass die manchmal 7 manchmal 28 und manchmal 42 meistens 28 sie wollte bis jetzt nur 42 von mir immer gut ist mir jetzt relativ egal aber so rein aus prinzip welcher ist unfair gut im süden im süden im süden im süden da hin muss ich jetzt diesen blöden floß verleihe er völlig überteuert ist damit ich kriege auch noch die krise und wahrscheinlich kriegt dann gleich noch tolle nachricht ihr pech habt du musst erst noch dieses siebte schloss machen was habe ich gedrückt so wie ich mich kenne habe ich irgendeine voll simple muschel übersehen ich betone das ist so stark stark der 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 dem der dem oh gott wie sich die musik verzehrt jetzt wenn ich habe in der part so lange läuft darf ich wieder richtig schön schnippeln habe ich gott habe ich gott Wir schreiben das Jahr 2011. In Zeiten von Playstation 3 und Xbox spielt ein Außenseiter, Link's Awakening DX. Ein Spiel, an das sich noch kaum jemand erinnern kann. Doch er tut es trotzdem. Denn er hat den Skill. Ja. Ich werde jetzt nur mit dem Floß irgendwo hinfahren. Einfach schön rechts halten. Wo ist die Feder? Ah, schade. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn da jetzt die Mosche gewesen wäre. Mosche? Hier keine Geheimnisse. Das ist zu auffällig. Das ist viel zu auffällig. Muss die Scheiß... Ach Gott. Ist da wirklich nichts? Nochmal hier gucken. Ist da wirklich nichts? Da kann doch nicht nichts sein. Ich hasse die Eule. Also da steht zumindest nicht, dass hier nur Mosche ist. Aber so das Protest kann man trotzdem mal versuchen, das Ding hochzuheben. Was natürlich nicht geht. Na gut. Gut. Da. da soll eine sein als ob ich jetzt wieder sinnlos her gefahren wäre ohne grund wie ich das hasse aber da schon mal oder ich gehe auch noch mal hin da ist der tempel aber wir brauchen zuerst den schlüssel sonst bringt uns der tempel nix ach ich wette hier ist irgendwo so eine blöde muschel das wäre doch der perfekte versteck aber nein da steht hier ist keine glaube ich zumindest ich habe doch keine lust nachzugucken eine muschel werden wir aber noch so finden ja genau musik sagt schläft der fisch ewig der held wird zu erde erde das stimmt einen tieferen sinn ich hoffe ich das vorher schon gesagt habe ok und wenn ich gegen den baum renne damit hatte ich jetzt zwar nicht gerechnet aber klagen tut mir jetzt auch nicht wobei ich volle leben hatte ich gehe nicht beklagen oh ich weiß dass hier irgendwo eine muschel war oh gott ich weiß auch dass ich sie noch nicht bewegen kann glaube ich erwache 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 nein erwache 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 ich weiß nicht ich wöge nicht wir sind alle erwachen schläft ohne was? Muschel. Ja! Jawoll! Ja! Ja, ja, ja! 20. Muschel. Gott sei Dank. Gott. Ich müsste jetzt tanzen, aber ich hab nur gesagt, wenn ich die an der einen Stelle finde. Pech gehabt. Herr Wache. Herr Wache. Spürst du die Energie? Ich spüre die Energie. Geht ihr bitte weg. Hallo? Hey! Ach, ich geh also. Zack. Ist mir jetzt egal. La 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 la. Ach, du kannst mich mal. Was willst du denn? Hm, hm. Was? Ja, oh Gott. Wusste ich's doch. Du bist mir doch egal. Da los, verrecke. Hier, du bist rot. Ich bin auch rot. Zack. Hier, komm. Kriegst du noch eine. Kriegst du noch eine. Zack. Oh Gott. Er wird aggressiv. Zack. Kriegst du noch eine. Und tot. Ha, da hast du. La 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 la. Ich bin gleich im Bad. So, glaube ich, im Bad. Maskenschlüssel. Er gehört nun dir. Wo ist das Pulver? Zack, zack. Irgendwas von wegen dem Wind. Oh. Island Cocolant ist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wegst du den Träumenden, so wird sich diese Inseln Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Ja. Alles ist nur eine Illusion. Alles nur eine Illusion. Das macht mich traurig. Darum singe ich. Oh. Juhu. Du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Cocolant tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennen die Wahrheit nur der Windfisch. Ach, im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Juhu. ich hoffe das hört man nein jetzt nicht so laut und ich weiß genau dass die ganze Musik am Ende verzerrt sein wird und ich wahrscheinlich zu dieser T-Linni T-Linni so Tingle Tangle Musik da Tingle Tangle Musik äh zu The Dark Forest singen werde ja ja 42 28 jawoll okay süßer hier hast du eine gute du hast einen guten Fall getroffen hier ich gebe dir meine geheime Medizin wenn alle deine Herzen leer sind wirst du ja ja ist mir egal ich habe alle 20 Motion ich bräuchte eigentlich 26 doch ist mir egal ich hole mir jetzt ein Geschenk vom Windfisch ist es von Windfisch ich weiß es nicht ich bin wir ziemlich viel geholt was nicht immer mein Spielverlauf wichtig ist die rote Rüstung das Geschenk vom Windfisch falls es denn vom Windfisch ist ich kann vor allem überhaupt nicht singen das Geschenk vom Windfisch das Geschenk vom Windfisch dass der Rüstung ist Vielen Dank.